Viele fleißige Hände buddelten und gruben jetzt rund ums Bürgerhaus in Dettingen an der Arms. Die gepflanzten Blumen sollen mehr Leben und Farbe in die Gemeinde bringen. Hintergrund der Aktion ist der laufende Zertifizierungsprozess zur gesunden Gemeinde. Eine der Projektgruppen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ortsmitte neu und bunt zu gestalten und somit zur liebenswerten Wohlfühloase zu machen. Nach dem Pflanzen will die Gruppe sich künftig auch um den Erhalt der grünen Mitte kümmern.